Okay, neuer Versuch. Hier geht es genau so. Recht hast du. Und was ist das dritte? Interessante Idee. Es reicht doch nicht über einen Balken. Hauptsache ich bin in der Mitte. Ändert ja nichts an der Prozentzahl. Ich denke das wird dauern. Quattro Mon. Ja schäm dich. Echt das gefällt ihm. Sowas gibt es nicht. Nicht nicht nein. Ey. Und dann habe ich 47 Prozent. Und schaff es trotzdem nicht. Frustriert ja gar nicht. Das weiß ich wenigstens wie ich mit denen reden muss. Ich kann nicht immer wieder sprechen. Mach dich bereit. Ah ok nein. Schade. Mit meinen Fäusten. Gewalt ist die Lösung. Gehe ich nicht nein. Ja und jetzt tun wir ein Team bei dritten. Perfekt. Wenigstens ein. Wenigstens einer. So ganz nebenbei hatte ich den nicht schon. Nein hatte ich nicht. Wie hier. Das Andromon und Monzaemon werden. Gut zu wissen. Ich denke ich versuche erstmal mit den beiden zu reden. schon kurz dass sie alleine ich bin nur das gebiet da kann ich auch überall gucken ob ich was mit der kamera finden fähigkeiten ok was gibt es die schönes noch eine fähigkeitswort die ist auf jeden fall sehr gut haben wir sp schaltet nie ich rede mir mit einem Minoru ja 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 Musik Du machst dir zu viel Sorgen, ich vertraue und ich will ihnen vertrauen Musik 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 Ach, meine Ruhe Musik 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 Es tut mir Falken unvoll leid Musik Musik Oh, jetzt reden wir mit Miyuki Musik 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 Sagen, dass ich da nichts sehe, ist, glaube ich, die gute Antwort. Oh, noch eine Helden-Foch. Ja, ich hoffe, das geht gut aus zwischen Falcom und Nuku. Ich will nicht, dass das in einem Blutbad endet. Das wäre furchtbar. Okay, mit wem habe ich denn die schlechteste Bindung? Außer Shouji. Saki und Kaito. Da hinten haben wir einen Saki. Vor allem gucken wir uns hier gründlich um. Was geht aber so schnell? Ah, zu schnell! Jetzt habe ich mit Mühe geredet. Eieiei, was macht sich denn Gedanken? Um. Musik Das ist nicht deine Schuld Oh Gott Was ist mit euch beiden? Verträgt ihr euch? Hey komm, Sacki reden wir mit dir noch Musik 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 Was geht dir im Kopf rum? Ich denke das ist eine sehr sehr gute Frage Musik 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 Asaki ist erwachsen, finde ich. Jetzt haben sich die Plätze wieder geändert, nicht? Ich könnte eigentlich noch mal versuchen sie zu kriegen, ich meine, ich kann heute eh nicht lange spielen, da kann ich eigentlich schon so eine Fangfolge draus machen. Ich hab's ja zweimal, ist ja witzig. Ja, versuchen wir's noch einmal. Okay, neuer Versuch. Ich hoffe, diesmal klappt das wirklich. Also, wenn ich da mit der Story weiter spiele, ich vermute, weil laut der normalen Reihenfolge war's ja... Erst Agumon, dann hat sich Falkomon entwickelt. Wird sich das nächste Mal Falkomon wiederentwickeln? Oder ist die Reihenfolge jetzt ne komplett andere? Aber... Komm, Edemon! Du bist unglaublich! Du kannst singen, wow! Oh! Was für ein cooles Moon! Oh, das war sogar perfekt! Was ist das eigentlich? Was ist das, ich sag's euch. Oder ist das? Was ist das? Ja, was sind wir? aber schon wieder klar dass wir die nicht kriegen auf anhieb die prozent ist einfach viel zu gering was suchen wir den anderen ich will dich fressen was für ein cooles Muni das kann ich eigentlich schon fast gar nicht mehr verkacken volle Leiste das habe ich sogar mit 23 prozent bekommen das hat echt nur eine sache des glücks das glaube ich nicht einsamer wolf mir noch nie passiert ja genau um 47 noch zwei weitere kein reden wie immer einsamer wolf der stärker überlebt komm schon ja wenigstens einer mir noch nie passiert ok sei mein freund jetzt habe ich noch einen versuch das ist aber schon traurig das ist das ist das ist das ist ok talent so überlebt man da geht ja mein letzter versuch jetzt werde ich aber leider nicht mehr musiken können ja 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 aber wenigstens haben wir ETHAMON bekommen das ist ja auch etwas ok in was kann sich ETHAMON entwickeln ist sogar ein Ultra zu Pitmon ich kann eigentlich versuchen nochmal den Teddy zu kriegen ich bin so ganz gut grad ja komm schadet nicht ich bin so gut ich bin so gut ich bin so gut ich kann versuchen mit dir zu reden recht hast du mach ich ich bin so gut hier geht es genauso komm zusammen zusammen schade 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 noch habe ich die Hoffnung dass es funktioniert mit dem anderen kann du bist halt nett da gibt es sogar zwei punkte danke für den tipp interessant Idee ich höre ich dass du mein Freund wirst da nicht ich hoffe ich hoffe du bist das in den am du du ich Serumon! Okay, das ist mein Band. Es wird gleich für ihn. ich finde es aber ziemlich krass das das ist der angloch überlebt Untertitelung des ZDF für funk, 2017